Hallo hier ist Dom Kishott und in diesem Video geht es um das Copyright und Wasserzeichen Paket aus unserem Shop. Ich bin hier in Photoshop und habe das FX Panel schon mal geöffnet und bis jetzt sind noch keine Presets vorhanden. Also klicke ich hier einmal auf das Quick Menu und sage, dass ich ein Paket hinzufügen möchte. Und hier kann ich jetzt das entsprechende Paket auswählen, das Copyright Watermark.fxp und klicke auf Open und dann werden die Presets in das Panel reingeladen. Wie immer habe ich natürlich die Listenansicht und die Bildansicht. In der Listenansicht kann ich auf jedes Preset einzeln klicken und könnte dann auf Anwenden klicken oder mir eben die Preset Option anzeigen lassen oder eben auch ein Preset favorisieren. Fangen wir einmal mit dem Wasserzeichen Text Preset an. Das Wasserzeichen Text Preset, wenn ich das hier einmal ausführe, macht in erster Linie nichts anderes als einen Text ins Bild zu platzieren und diesen Text kann ich natürlich entsprechend anpassen und gestalten. Dafür gehe ich einmal in die Panel Option rein und hier oben sehen wir schon einen Text. Das heißt, ich kann hier in dieses Textfeld reingehen und zum Beispiel meinen eigenen Namen reinsetzen. Schauen wir uns das Ganze an. Das möchte ich übrigens ersetzen. Also ich möchte jetzt nicht das ausblenden und auch nicht ein neues drüber erstellen, sondern ersetzen. Das heißt, dass diese Textdatei verschwinden würde und mit dieser neuen Textdatei ersetzt werden würde. Also klicke ich hier rein und dann habe ich den Text schon mal ersetzt. In den Panel Optionen befinden sich sogenannte Akkordeons und das sind Untermenüpunkte. Wenn ich hier reinklicke, dann öffnen sich die und dann kann ich sehr viel mehr Sachen einstellen. Zum Beispiel den Ausgangspunkt. Ich könnte sagen, dass ich das gerne oben in der Ecke hätte oder in dieser Ecke und rotiert. Ich kann auch einen Abstand hinzufügen. Und so kann ich relativ einfach und intuitiv meinen Text platzieren und zwar proportional zum Bild. Ich platziere das Ganze nochmal in die Mitte. Vielleicht noch richtig gedreht. Und dann schauen wir uns mal, was wir für Optionen noch haben. Einmal kann ich natürlich die Schrift wählen. Das heißt, ich könnte hier die Lato-Schrift auswählen und dann hätte ich hier die entsprechenden Schriftschnitte. Sagen wir mal Bold, also durchaus ein bisschen kräftiger. Und dann kann ich hier die Größe noch anpassen. In etwa so. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich könnte theoretisch noch die Laufweite anpassen und könnte zum Aussehen übergehen. Aussehen heißt, ich kann die Deckkraft, den Ebenenmodus und auch die Farbe definieren. Ich könnte sogar einen Ebenenstil hinzufügen. Das schauen wir uns aber später mal an. Also sagen wir mal, ich hätte gern vielleicht 80% Deckkraft. Das sieht doch ganz gut aus. Könnte theoretisch noch einen Schatten hinzufügen. Und dann hätte ich mein erstes Wasserzeichen fertig. Unter Ebeneneinstellungen und Gruppeneinstellungen kann ich noch bestimmen, welche Farbe und welchen Namen Gruppe oder Ebene haben soll. Das ist jetzt erstmal nicht relevant. Das Schöne an diesen ganzen Einstellungen ist, sagen wir mal, ich möchte das hier noch einmal runter machen und 10x10, dass ich diese Einstellung wirklich als Benutzer-Presets abspeichern kann. Das heißt, ich klicke hier einmal rein und sage Donkey Shot links unten. Das heißt, ich könnte jetzt, würde jetzt wissen, jetzt wird der Name immer unten reingesetzt. Oder ich könnte das hier ändern in vielleicht einen anderen Text. Den würde ich dann in die Mitte machen. Und vielleicht eine kleinere Schriftart. Schatten dann raus. Und das Ganze ersetze ich mal. Vielleicht ein bisschen zu klein. Und dann könnte ich mich hier reinsetzen. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt und könnte mir das als neues, als neues Preset abspeichern. Und dann könnte ich variieren oder wechseln zwischen genau diesen beiden. Einmal dem hier und einmal dem hier. Oder eben auch, wenn ich hier auf Erstellen klicke, beide erstellen. Wasserzeichen-Logo ist das Pendant zum Wasserzeichen-Text. Denn anstatt eines Textes kann ich hier mein Logo reinsetzen. Möchte ich dieses Preset jetzt nun einmal ausführen, dann kommt eine Fehlermeldung. Es wurde kein Pfad für das Bild angegeben. Klar, weil ich habe das Bundle erst reingeladen. Und das Panel weiß ja noch nicht, was mein Logo ist. Also gehe ich hier einmal in die Option rein. Und hier sehen wir schon Dateien nicht gefunden und hier ein Dateipfad. Das heißt, als allererstes muss ich mal ein Logo hinzufügen. Das FX-Panel unterstützt viele Dateiformate. Also auch sowas wie SVG und EPS. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Wenn wir hier aber auf Infos gehen und einmal auf die Hilfe-Seite klicken, dann können wir das auch nachlesen. Hier steht es auch schon. PSD, TIFF, Illustrator-Dateien, EPS, PNG, GIF und JPEG. Also relativ viele Dateiformate, die hier unterstützt werden. Und wählen wir mal so eine Logo-Datei einfach mal aus. Und das sind ja schon so ein paar, die ich hier habe. Vorzugsweise natürlich etwas mit einer Transparenz. Also vielleicht ein, ein, unser FX-Panel-Logo-Datei. Und da es jetzt eine Illustrator-Datei ist, wird mir hier keine Vorschau angezeigt, weil keine Vorschau hinterlegt ist. Aber da wir in Photoshop sind, können wir uns eine generieren lassen. Und dafür klicke ich einfach hier auf Vorschau generieren. Und dann wird das Logo schon reingesetzt. Ich kann, sollte das jetzt zum Beispiel ein dunkleres Logo sein, kann ich durch einen Klick hier drauf die Hintergrundfarbe variieren. Also nur was Helles oder was Dunkles machen, dass sich das ein bisschen besser abhebt. Hier funktioniert das Dunkle ganz gut. Und wenn ich hier jetzt einmal auf Erstellen klicke, dann wird mir das Logo genau hier in die Mitte reingesetzt. Da wird es daran arbeiten, kann ich hier schon mal auf Ersetzen klicken. Wie beim Text Wasserzeichen haben wir natürlich die Möglichkeit, hier einen bestimmten Bereich anzugeben, wohin das Logo rein soll. Können es natürlich auch drehen. Wir können die Größe anpassen, sowohl in Pixel als auch in Prozent. Also wenn ich sage, das Logo soll immer 150 Pixel sein, egal wie groß das Bild ist, dann kann ich das hier rüber definieren. Oder ich kann eben sagen, ich hätte gern, dass es 20 Prozent von der Gesamtbildgröße ausmacht. Dann geht das natürlich auch. Wenn ich die Originaldatei nehmen möchte, kann ich auch sagen, dass die Größe nicht angepasst werden soll. Dann wird das Bild immer oder das Logo immer so genommen, wie es original abgespeichert würde. Das macht aber eigentlich in den wenigsten Fällen Sinn. Also sagen wir mal, ich möchte 10 Prozent, dass es nicht zu auffällig ist. Und ich möchte es vielleicht links oben in die Ecke setzen mit einem Abstand von, sagen wir mal, 20 mal 20. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das sieht doch ganz gut aus. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, wieder das Aussehen zu definieren, indem ich die Deckkraft anpasse, vielleicht auf um die 50 Prozent rum. Ich könnte theoretisch auch noch einen Ebenenmodus definieren. Ich kann diese Logodatei auch einfärben. Also klicke ich mal hier drauf und definiere mir mal eine eigene Farbe. Vielleicht dieses Rot hier. Und klicke mal auf Ersetzen. Dann machen wir vielleicht auch mal wieder 100 Prozent, damit es ein bisschen deutlicher ist. Dieses Einfärben funktioniert natürlich nur, wenn die Logodatei auch Transparenzen enthält. Wenn ich jetzt eine Logodatei nehme, wie das zum Beispiel, das ja wirklich ein Kasten ist, wo keine Transparenzen drin sind und ich jetzt hier auf Einfärben klicken würde, dann würde er mir natürlich komplett den Kasten einfärben. Das sollte jedem einfach klar sein. Nehmen wir mal so eine Datei hier. Illustrator-Dateien haben ja grundsätzlich Transparenzen drin. Das heißt, hier wiederum würde es funktionieren. Also setzen wir das Ganze auf Weiß, können wie auch beim Text einen Schlagschatten hinzufügen, können auch einen Ebenenstil hinzufügen. Das kann ich gerne einmal zeigen. Dafür sollten wir erstmal vielleicht einen Ebenenstil definieren. Also klicke ich einmal hier drauf und sage Farbebelagen weg, Schlagschatten weg und Flächendeckkraft weg. Und dann stattdessen möchte ich zum Beispiel eine Kontur hinzufügen. Weiß, vielleicht so zwei Pixel. Von der Mitte aus. Das sieht doch ganz gut aus. Das Ganze speichere ich als neuen Stil ab. Sagen wir mal Konturweiß zwei Pixel. Ebeneneffekt einschließen, Ebenenfüllung einschließen. Und das Ganze speichere ich ab. Und jetzt kann ich hier auf Ebenenstil hinzufügen und könnte es auswählen. Allerdings muss man dazu sagen, muss ich einmal kurz das Preset verlassen und wieder reingehen, damit er die Liste mit den neuen Ebenenstilen laden kann. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal rein, ganz nach unten, habe hier Konturweiß zwei Pixel. Und damit es auch sichtbar ist, verschiebe ich das vielleicht mal hier auf die Seite und sage Ersetzen. Dann würde er eben diesen Ebenenstil hier reinsetzen. Und mit Ebenenstilen lässt sich ja relativ viel machen. Ich kann da den Schatten ein bisschen präziser definieren. Ich könnte einen Verlauf machen. Ich könnte einen Stein nach außen machen. Und all die Möglichkeiten, die man eben von Ebenenstilen kennt, kann ich hier auf mein Wasserzeichen-Logo anwenden. Das Wasserzeichen-Muster erstellt einen Text oder ein Logo, zwar in Wiederholung als Muster komplett über das gesamte Bild. Wenn ich einmal auf Play drücke, sehen wir schon ungefähr, was passiert. Aber schauen wir uns doch einmal die Option genauer an. Ich kann natürlich den Text definieren, aber lassen wir den jetzt erstmal bei Copyright. Ich kann die Schrift definieren, die Laufweite, Größe, so wie wir das auch von Wasserzeichen-Text kennen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich kann definieren, wie dieses Muster aussehen soll. Zum einen kann ich den horizontalen Abstand ändern, also den Abstand hierzwischen. Und ich kann auch den vertikalen Abstand ändern. Also sagen wir mal, ich hätte hier gerne 140 und hier so um die 80. Dann könnte ich relativ gut den Text verteilen. Außerdem kann ich hingehen und einen Winkel definieren. Das kann sowohl ein positiver als auch ein negativer Winkel sein, also sagen wir mal 45 Grad. Und dann kann ich hier den Text wirklich schön einmal über das gesamte Bild legen. Wie gewohnt habe ich natürlich auch meine Ebeneneinstellungen und meine Gruppeneinstellungen. Ich kann das alles als Benutzer-Preset abspeichern. Und ich kann das Aussehen definieren, und zwar Deckkraft, Ebenenmodus und Ebenenfarbe. Ich kann auch einen Ebenenstil hinzufügen, so wie wir das vorhin bei Wasserzeichen-Logo gemacht haben. Was ich hier mit dem Text definieren kann, kann ich natürlich auch mit einem Logo machen. Und auch hier muss ich erst einmal ein Logo auswählen. Sagen wir mal unser FX-Panel-Logo. Klicke ich auf Ersetzen. Und dann wird es hier reingesetzt. Ich kann hier jetzt natürlich nicht mehr die Schrift an, sondern die Größe definieren. Sagen wir mal 10 Pixel. Und dann vielleicht noch ein bisschen was an der Deckkraft tun. Und schon bin ich fertig mit meinem Wasserzeichen-Muster. Der Wasserzeichen-Störer kombiniert ein Text oder Logo mit Strichen, mit diagonalen Strichen. Wenn ich hier einmal auf Abspielen drücke, sieht man schon, was genau passiert. Und wie diese Striche aussehen und wie oft sie dargestellt werden, das kann ich alles in den Panel-Optionen definieren. Zum einen kann ich natürlich wie gewohnt den Text hier einmal definieren, genauso wie die Schrift, Schriftgröße, Laufweite und Schriftschnitt. Ich kann das Aussehen definieren, indem ich hier die Deckkraft zum Beispiel auf 60% setze. Oder den Ebenenmodus oder die Farbe definiere. Aber vor allem relevant ist hier natürlich der Störer, das Störer-Akkordeon. Denn hier kann ich den Faktor definieren. Schauen wir uns das Ganze erstmal bei Faktor 1 an. Was heißt das? Faktor 1 heißt, ich habe mein Logo oder vielleicht meinen Text in der Mitte. Und davon abgehend sind Linien, die diagonal zum Bildende führen. Ich kann diesen Abstand hier zwischen Text und Linie definieren. Das sind hier diese 60, die kann ich vielleicht einmal auf 10 runtersetzen oder auf 11. Dann ist das schon mal sehr viel geringer. Und ich habe hier die Option, den Anschnitt vermeiden, aktiviert. Wenn ich das einmal deaktiviere und das noch einmal anzeige, sehen wir, dass hier unten der Text oder Logo entsprechend angeschnitten werden. Gehen wir hier ruhig einmal auf Logo. Wir wählen uns hier eine Logo-Datei aus, vielleicht ein PNG. Und sagen Aussehen, Einfärben in Weiß. Vielleicht ein bisschen sehr groß, also gehen wir hier mal auf 10%. Und dann sehen wir, dass wir das Logo in der Mitte haben und eben hier angeschnitten. Wenn ich hier den Faktor vergrößere, habe ich es jetzt nicht nur einmal, sondern eben viermal plus Anschnitt drin. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Die Mitte wird natürlich auch aufgefüllt. Das Ganze geht dann bis Faktor 10. Da wird es schon relativ klein und unkenntlich. Bei Faktor 6 geht es eigentlich noch relativ gut. Außerdem kann ich die Konturlinie hier einmal verändern. Das heißt, die wird entweder dicker oder dünner, je nachdem, was ich hier eintrage. Und wie gesagt, Anschnitt vermeiden. Das sorgt dafür, dass ich hier an den Rändern nicht drüber hinweg rage. QR-Codes sind eine geniale Möglichkeit, um Informationen schnell über ein Handy auszulesen. Ein QR-Code erstelle ich und kann dann mit einem mobilen Endgerät eben hingehen, das abscannen und werde dann auf eine Webseite oder auf eine Telefonnummer oder auf eine Businesskarte hingewiesen, die ich dann direkt in meinem Handy aufrufen oder abspeichern kann. Wenn ich nun dieses QR-Code-Preset einmal reinlade und es abspielen möchte, kommt die Information oder der Fehler, es wurde kein QR-Code angegeben. Das heißt, wir müssen tatsächlich erst einmal in die Preset-Option reingehen. Und hier sehen wir schon, Datei nicht gefunden. Ich muss mir zunächst einen QR-Code generieren. Und dafür habe ich hier unten die QR-Code-Sektion. Ich blende hier einmal kurz dieses Vorschaubild aus, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und hier sieht man schon, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt einen Link, Text, E-Mail, Visitenkarte, Telefon, SMS und WhatsApp-Nachricht. Fangen wir mit einem ganz einfachen Text an. Sagen wir mal, ich schreibe hier rein, das fxpanel ist super, fxpanel.com. Dann klicke ich auf Code generieren und dann wird mir dieser QR-Code hier reingestellt. Und jetzt, da er drin ist, kann ich ihn natürlich auch auf mein Bild anwenden. Das heißt, ich schließe einmal den QR-Code hier und klicke auf Ersetzen. Und dann wird mir dieser QR-Code rein platziert. Und dann habe ich natürlich, wie aus den anderen Presets auch gewohnt, die Möglichkeit, hier den Ausgangspunkt zu definieren. Also sagen wir mal, hier ist so ein dunkler Fleck, hier wird es sich anbieten. Also setzen wir das mal hier rein und sagen mal 10x10. Dann sage ich Ersetzen, vielleicht sogar ein bisschen großzügiger, 50x50, Ersetzen. Das sieht doch ganz gut aus. Weiterhin habe ich natürlich Gestaltungsmöglichkeiten da drin. Ich kann zum einen die Größe anpassen, sowohl in Pixel als auch in Prozent. 15% scheint in dem Fall eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ich kann den Code an für sich definieren. Der ist jetzt momentan schwarz. Da könnte ich hingehen und mir zum Beispiel eine Farbe, die jetzt hier in dem Bild drin vorkommt, definieren. Ich kann hingehen und den Hintergrund definieren. Also die Farbe, die wir hier, das weiß, das wir hier gerade sehen, könnte ich zum Beispiel auch ändern in vielleicht so ein bisschen helleren Gelbton. Ich müsste aber jedes Mal natürlich überprüfen, ob die Lesbarkeit, ob der Kontrast noch so hoch ist, dass es ein Handy wirklich einscannen kann. Ich kann aber auch hier sagen, dass ich gerne keinen Hintergrund hätte. Dann wird dieser ausgeblendet und die Codefarbe vielleicht nochmal in weiß ändern, ersetzen. Und dann wird dieser Code einfach so ohne Rahmen rein platziert. Das würde in diesem Fall funktionieren, weil der Hintergrund wirklich sehr monoton, sehr dunkel ist. Das heißt, ein Handy sollte das noch einscannen können. Tatsächlich ist es aber so, dass es sicherer ist, mit einer Farbe zu arbeiten. Also definieren wir das Ganze hier nochmal mit Schwarz-Weiß. Ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit, hier den Abstand zu definieren. Das ist der Abstand zwischen Code und Rahmen. Das heißt, wenn ich hier mal vielleicht auf 20 gehe, dann ist dieser Abstand deutlich größer geworden. 10% ist so dieser Mindestabstand, den man machen sollte. Machen wir mal 15 vielleicht. Und ich habe die Möglichkeit, hier runde Ecken anzuwenden. Und so kann ich hingehen und diesen QR-Code gestalten. Wie immer habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Ebeneneinstellungen anzupassen oder die Gruppeneinstellungen. Ich kann das als Benutzer-Preset abspeichern. Also sagen wir mal hier, das ist jetzt mein Text. Aber ich möchte auch einen QR-Code mit einem Link hinzufügen. FXPanel.de Sollte mal dieser Code hier, dieser Button nicht aktiv sein, könnt ihr einfach kurz rausgehen und wieder reingehen in den QR-Code. Dann sollte es funktionieren. Und jetzt habe ich hier diesen Link erstellt. Und der soll von mir aus immer hier unten sein. Da sage ich ersetzen. Und könnt ihr mir dieses als neues Benutzer-Preset abspeichern. Und so kann ich wirklich hingehen und ganz schnell variieren. Zwischen diesen und vielleicht zusätzlich noch diesen erstellen. Warum auch immer. Aber so könnt ihr hingehen und wirklich unterschiedliche Methoden, wie eure Nummer, eure Visitenkarte, eure E-Mail-Adresse, mit vorgefertigtem Text oder einfach eine WhatsApp-Nachricht. Ihr könnt hier einen Text reinsetzen. Schau dir mal das FXPanel an. Und könnt die Nummer freilassen. Und sobald das jemand einscannt, dann wird die Nachricht ausgefüllt, aber der Empfänger noch nicht. Und das heißt, ihr könnt dann aus eurem Telefonbuch jemanden auswählen und dann genau diesen Text schicken. Dasselbe funktioniert mit SMS. Alle weiteren Informationen zu QR-Codes findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Dafür könnt ihr, ich blende mal das Bild wieder ein, dafür könnt ihr hier in die Infos gehen und unter Hilfe draufklicken. Und dann kommt ihr hier auf unsere Webseite, auf unsere Hilfe-Seite, wo wirklich nochmal alles ausführlich ausgeschrieben ist, was ihr für Möglichkeiten habt, wie die Barcodes aussehen, worauf ihr achten müsstet, etc. Das Datei-Info-Preset hat keine visuellen Auswirkungen. Es geht vielmehr hin und schreibt oder überschreibt eure Metadaten eines Bildes. Die Metadaten werden hier über Datei, Datei-Informationen angezeigt, beziehungsweise hier seht ihr, was bereits drin ist, sowas wie IPTC-Daten, Urheber und so weiter. Das wird alles hier definiert. Und das ist durchaus sinnvoll, diese Sachen hier reinzuschreiben. Und damit ihr das nicht jedes Mal manuell machen müsst, dafür gibt es die Datei-Info. Und schauen wir uns das Ganze einmal genauer an, indem wir uns die Preset-Optionen reinklicken. Und hier sehen wir schon die einzelnen Kategorien, die wir gerade eben auch in den Datei-Informationen gesehen haben. Und entweder kann ich sagen, dass ich alle löschen möchte. Das heißt, Dateien, die bereits drin sind, sollen gelöscht werden. Oder Dateien, die bereits drin sind, sollen ignoriert werden. Ich klicke hier einfach mal auf Ignorieren. Und was das macht, das definiert alle Felder, die wir hier jetzt sehen und ignoriert sie. Okay, ich blende mir einmal dieses Vorschaubild hier aus, dass wir ein bisschen deutlicher sehen, was hier passiert. Wir haben hier pro Kategorie Textfelder, die jetzt alle auf Ignorieren gesetzt sind, aber in deren Zustand ich ändern kann. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte diesen Copyright-Status ändern und zwar nicht ignorieren. Dann klicke ich hier auf diesen Button. Hier oben sehen wir übrigens dann auch immer die entsprechende Beschreibung. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich zum Beispiel sagen Überschreiben oder Löschen. Durch Klicken auf diese Buttons werden die Zustände eben durchgeswitcht. Und jetzt bin ich auf Überschreiben und sage, dass mein Bild urheberrechtlich geschützt ist. Copyright-Hinweis möchte ich überschreiben und zwar mit Don Quixote. Und ich möchte auch diese URL, den Copyright-Informationen würde ich gerne reinsetzen. fxpanel.de Und das Ganze, wenn ich das jetzt mal abspielen lasse, ich lasse mir, damit wir es wirklich überprüfen können, die Datei-Informationen-Dialog einmal anzeigen, klicke auf Erstellen und wir sehen, wenn ich hier auf Einfach gehe, merken wir, okay, der Copyright-Hinweis steht jetzt drin, urheberrechtlich geschütztes Material und die Domain wurde auch hinzugefügt. Also das klappt schon mal ganz gut. Und ich kann zum Beispiel auch Stichwörter hinzufügen. Und klicken wir mal hier rein. Und dann habe ich die Möglichkeit, es zu überschreiben oder hinzuzufügen. Sagen wir mal Hinzufügen und ich sage, das Bild ist retuschiert von mir aus als Stichwort. Und wir klicken nochmal auf Erstellen und dann sehen wir, Stichwort wurde hinzugefügt. Würde ich jetzt nochmal auf Erstellen klicken, würde er das neue Stichwort automatisch hinzufügen. Das ist der Unterschied zwischen Hinzufügen und Überschreiben. Also nochmal, gehen wir mal rein, klicken hier jetzt statt auf Hinzufügen auf Überschreiben. Hätte er jetzt alle gelöscht und wirklich hätte dieses als Einzelnes reingeschrieben. Diese ganzen Felder könnt ihr natürlich auch selber einmal ausfüllen, also zum Beispiel auch euren Ort, Adresse, Telefonnummer, was auch immer hier reinschreiben und als Benutzer-Preset abspeichern. Sagen wir mal hier Donkey Shot. Und jetzt kann ich jedes Bild, das ich öffne, kann ich mir auswählen. Und vielleicht sollte ich noch ändern, dass er den Dialog öffnet, das will ich nämlich nicht. Und jetzt kann ich wirklich für jedes Bild hingehen, das einmal reinsetzen. Kann hier reingehen, reinsetzen, neues Bild, reinsetzen. Und dann wäre es immer in den Metadaten schon drin abgespeichert, ohne dass ich jedes Mal reingehen muss, ohne dass ich mir wirklich viel Sorgen machen muss. Und die Bilder, wenn ich sie dann online stelle, haben immer meine Metadaten mit meinem Urheberrecht drin. Und jetzt kann ich das mal sehen. Vielen Dank.